Heißes Wetter, heiße Themen und ein Rekord zum Dahinschmelzen. Ein fettes Dankeschön geht an alle 154.940 Besucher im Monat Juni. Dieser Mega-Rekord sprengt alle unsere Dimensionen und genauso explosiv machen wir am 1. Juli-Wochenende weiter. Beim SCC-Mittsommernacht-Sportfest wird gesprungen und gesprintet, was das Zeug hält. Unter anderem am Start Top-Sprinter Julian Reus oder die 800-Meter-Hoffnung aus Berlin Dennis Krüger. Ein wahres Fest steigt auch beim Olympischen Sportclub Berlin. Der feiert ja seit Anfang des Jahres sein 125-jähriges Bestehen und nun wird auch noch einmal draußen ordentlich gefeetet. Zum Abschluss des Wochenendes haben wir einen König im Programm, der zweijährige Hengst. Cash Hennhofer gewann bereits die erste der legendären Dreifach-Krone auf der Trabrennbahn in Mariendorf. Beim Buddenbrock-Rennen kann er sich mit Fahrer Thorsten Tietz den zweiten Kopfschmuck aufsetzen. Heiße Sprinter, Springer, Partys und Vierhufer. Die richtige Mischung für ein explosives Sportwochenende auf deinem Hauptstadt-Sender. Hauptstadt-Sport TV, mehr als nur heiße Luft. Klickt rein!